Hallo und herzlich willkommen zu diesem sehr spontanen Video und zwar zum deutschen Pokémon-Quiz. Das möchte ich hier mal spontanerweise machen. Ich habe 10 Minuten Zeit hier sämtliche Pokémon der ersten Generation auf Deutsch zu schreiben. Ich hoffe vor allem richtig, das ist eher so das Problem. Und gleich schon mal vorab an meine Mit-YouTuber auf dem Kanal. Ich fordere euch heraus, macht ja gefälligst mit und schlagt mich bitte nicht. Ja, machen wir gar nicht so lange rum und fangen wir an. So, 10 Minuten laufen, fangen wir mit den Startern an. Bisa Sam, perfekt. Bisa Flor, Bisa Knosp, macht auch noch Sinn. G oliarminflationen, v-v-v-v-v-glumunt-am-u. Hoppa, Glutex-oo, Glurack-a-a-a-a-a-a-a-a. Schigi-schil-o-k-a-a-a-a-a-a-a-a-a-and-f-e-e-ar-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a. Fratz, so, ne? Fratz. Wie schreibt man das? Ra- Fratz. Oh. Äh, Rati-Kal? Oh, nee, das läuft schon mal super. Ähm, Mauzi. Ähm, M-M-M-M-S-Nobi-Kat. Okay, die tauchen schon auf, oder? Ja, ähm, Magni-M-Tilo-Magneton-Voltoball-Elektro-Ball-Elektro-Ball-Elektro-Snow-M-M-M-M-M-M-M-M. Raupii. Äh, Safkon. Äh, Smetbo. bluetooth 2M. Mit zwei T? Ja, mit zwei T. Hon-li-ju- Äh, Ko-kun-a. Ko-ku-na? Ko-ko-kun-a. Ah, Bi-born. Ähm, 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 Taub-si. Äh, Tauboga. Taubos. Äh, vielleicht eher auch so rum. Ta-tau-boss. So. Äh, 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 ähm. Habi-tack. Ibi-tack. Äh, äh, was fehlt denn? Äh, so ziemlich alles. Ähm, Lapras. Äh, Relaxo. Ähm, ähm, ähm. Ja, stimmt. Die ganzen Legendären können wir ja mal anfangen. Äh, Lava. Dos. Arctos. Zap. Dos. Oh, nein. Zap. Zap. Dos. Das muss weg. Mune. 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 Two. Upsa. Mune. Mhm. Das ist peinlich. Ah, okay. Ähm, 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 jetzt bin ich voll aus dem Konzept. D-Ratini... D-Ratini. 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 Dragonier. Ach ne, jetzt kommen. Da... D-Ratini. Wann? D-Ratini. Ah, okay. Ähm. Sichlor. Äh. Pinzir. Oh Gott, da fehlen noch so viele Porenta Frag mich nicht, warum mir das jetzt einfällt Die Käfer Die Käfer, haben wir die Paras Paras Parasek Fällt da noch irgendwas an den Käfern? Fällt mir wahrscheinlich aus dem Nachhinein an Die Vögel Haben wir eigentlich ziemlich durch Vielleicht erstmal die Wasserviecher Seemon Seemon Seepon Mouchas Austos Ähm Kapadon Was schreibe ich jetzt schon wieder Kapadon Garados Also ich merke schon, ich werde die meisten wahrscheinlich raten können, aber nicht schreiben Ähm, 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 ist das peinlich? Wahrscheinlich schon Ähm Was fehlt denn noch? Ich hab mir das irgendwie einfacher vorgestellt Äh, an meine Kollegen, gell, ähm Ihr guckt euch nicht davor den Pokédex an, das wäre unfair, das hab ich schließlich auch nicht Äh, wie man vielleicht merkt Vielleicht sollte ich nicht so viel schwätzen Ähm, 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 ähm Ich hab erst 45, das ist nichts Nochmal nachdenken Ja klar, sowas wie Pikaschu Reichu Ich muss 6 was aussprechen, sonst weiß ich nicht, wie ich es schreiben muss Ähm, ähm, ähm Slime 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 Mock Mock Ähm 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 Das kann doch nicht wahr sein Habe ich Pinsir? Pinsir habe ich schon Ähm Warum fällt mir jetzt ums Verrecken nichts ein? Das kann doch echt nicht wahr sein Ähm Ähm Das kann jetzt echt nicht wahr sein Jetzt nochmal nachdenken Vielleicht mal in den Typen Mirapla Mi-mi-mi-mi-ra-pla Äh Biflor Du-flor Ha, gehört doch was Ähm, da gibt's doch noch mehr Pflanzen Oder, oder Feuer Äh, Fucano Äh Äh Akai 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 Ähm Dann hätten wir noch sowas wie Äh, Wulpix Wul-lo-lo-na Oh Gott, wie wird das geschrieben? Wul-lo-na Wul-lo-na Boah Naja, super Scheitert es wieder da dran Ähm Ich kriege ich eigentlich jetzt mittlerweile mein Zapdos Ah, ich krieg's geschrieben Oh Gott, ich weiß nicht, was ich da falsch geschrieben hab Oho, das ist so peinlich wahrscheinlich im Nachhinein Ähm Garados habe ich, gell? Aber Karpador krieg ich nicht hin Karpador Karpador Ah, mit R Okay Oh, nur noch zweieinhalb Minuten Scheiße Das kann doch jetzt echt nicht wahr sein Mautzen Nochmal nachdenken Normaltypen Pummeluf 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 Ah, okay Knuddeluf Uff Uff, uff, okay Äh Pipi Oh, wurde das irgendwie anders geschrieben Pixi Pipi Ah, okay Ähm Was fällt denn da noch? Gestein Kleinstein Georock Rock Geowatz Watz Äh Rizeros Rihorn Ähm Was fällt denn noch? Oh, nix Äh Oh, nein Ich hab nicht mal die 100 Ich hätte schon gehofft, dass ich die 100 schaffe Ähm Ähm Was fehlt denn da noch? Äh Dickda Dickdree San San Dan San Damo Äh Boden, Boden, Boden Mal nachdenken Ab Abra Kadabra Sim Sala Äh Ja, das war jetzt mal ein kurzer Oh, ja, klar Äh Machol Machock Hat das nicht so geschrieben? Äh Mach Oh, mein Wenigstens das Oh, Gott Kaum noch Zeit Äh, äh Nebulac Alpolo Oder so Alpolo Gengar Äh Hypno Traum Nein Traumato Hätte ich noch gewusst Komm, 81 Hätten wir jetzt noch machen können Ach du Schande Bin ich schlecht Ähm Ach du Schande Wenn ich so sehe Das ist echt peinlich Oh, Gott Ähm Also Ich wäre dafür Dass ich das vielleicht Einfach nochmal probiere Aber nicht dieses Mal Ähm Vielleicht mache ich das In einem Vierteljahr nochmal Ich meine Das ist schließlich Das erste Video Ähm Gönnt mir das Dass ich das Äh Vielleicht ein bisschen Verhunzt habe Ein bisschen Aber Ähm Ja Das kommt davon Wenn man Sich nicht drauf vorbereitet Was man auch nicht soll Ähm Wie gesagt Meine Mitstreiter Bitte Macht's nicht besser Ähm Ähm Ihr wisst was ich meine Macht einfach mit Aber Lasst mich nicht ganz so kacke dastehen In dem Fall bis zum nächsten Mal Und ciao Bis zum nächsten Mal Tschau Vielen Dank.